Ja, mo mo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 1. Oh yeah. Und wir gehen wieder in den Animus rein, um alte ihr Hallo zu sagen und die Geschichte vorzusetzen. Sie können zur Ablenkung heimlich töten, indem Sie ein Messer werfen, jemanden von einem Dach stoßen oder ein unauffälliges Attentat durchführen. So, mal gucken, wie es war da. Ihr habt euch bewährt, alter ihr. Und ich bin voller Zuversicht, dass dies nur der erste von vielen Erfolgen war. Tamir schien euch gut zu kennen. Er deutete an, dass mein Auftrag von Bedeutung sei. Bedeutung erwächst nicht aus einer einzelnen Tat, sondern aus dem Zusammenhang, in dem sie steht. Aus den Folgen, die sie nach sich zieht. Sollte ich noch mehr erfahren? Alter, ihr, euer größter Fehler war der, zu viel zu wissen. Wenn ich Wissen zurückhalte, dann nur, damit ihr einen solchen Fehler nicht ein zweites Mal begeht. Verstehe. Ihr versteht nicht. Und so wird es bleiben, bis ihr eure Lektion gelernt habt. Trotzdem habt ihr euch gut geschlagen. Und dafür werde ich euch befördern und einen Teil eurer Ausrüstung zurückgeben. Yay! Nun geht. Entweder nach Akon oder Jerusalem. In beiden Städten sind Männer, die eurer Aufmerksamkeit bedürfen. Unsere Verbindungsleute können euch mehr darüber berichten. Okay. Wenn wir jetzt beide Orte noch gesehen haben, können wir, äh, haben wir die Wahl, besser gesagt, schnell zu reisen. Jetzt haben wir einen kleinen Dolch, den man auch einsetzen kann. Super, klasse. Ich hasse, wenn er einfach wahllos irgendwo hoch springt. Ich verursache nie Ärger. So, bringen wir das Kontern bei den Arsch. Alter, ihr. Mich düngt meine Schüler, verstehen nicht ganz, was es heißt, eine Klinge zu führen. Vielleicht mögt ihr ihnen zeigen, was ihr wisst. Kontern! Kontern! Kontergriff, sauberer, ist die Sache. Okay. Au, was? Okay. Das war Konter. Hey! Mehr will ich gar nicht wissen. So. Mehr brauchen wir für das ganze Spiel nicht, folgt. Mehr brauchen wir nicht. So. Ihr seid beschäftigt. Ich verstehe. Jetzt bin ich zufrieden. Jetzt kann kommen, was will. Wir machen es alle platt. So. Ich versuche mal, den Weg von damals wieder zu finden. Ich bin hier immer hochgelaufen. Bin hier runtergesprungen. Ah. Dann hier runter. Ah. Und hier bin ich eigentlich auch runtergesprungen. Hallo. Dann müsste eigentlich gleich hier oben... Au. Au. Ja, war es. Dann müsste hier oben irgendwo gleich dahinter... ...der nächste Sprung sein. Okay, das war nicht der hohe Sprung, den ich vermutet habe, aber gut. Ah, hier bin ich aber hochgelaufen. Warte, warte, warte. Hier bin ich aber hochgelaufen. Und hier bin ich denn runtergesprungen. Ah, gut. Den Weg werden wir dann des Öfteren gehen. Ne, Kollege. War ich nicht. Nein, heute nicht. Morgen vielleicht. Ja, so langsam habe ich den Weg wieder in Tos. Muss man alles erst wieder sich daran erinnern. So, rauf aufs Pferd. Und den ganzen Weg noch zweimal laufen und dann müssen wir es nie wieder tun. Okay. Das sind immer die spannendsten Zähne, ich weiß. Aber da muss man durch. Aber später ist es dann nicht mehr so langweilig. Also in den nächsten Teilen ist das Hinreisen nicht mehr so langweilig. Ich glaube, das wurde sehr stark kritisiert damals, dieses Reiten. Weil es ist zwar schön und gut, dass man die Möglichkeit hat, zu reiten, aber es ist verdammt langweilig, alter Schwede. Wählen Sie im Kampf die verborgene Klinge, um einen am Boden liegenden Gegner schnell auszuschalten. Gut, da wären wir schon. So, wir können uns jetzt aussuchen, ob wir... Ach, Damaskus. Wusste ich schon, dass das Damaskus war. Ich glaube, wir reiten zuerst nach Harkon. Weil das einfach einfacher ist, ne? Kann ja sein, dass ihr es einfach übersprungen habt. Was zum Teufel, ich habe gar nichts gemacht. Ah, na gut. Wir können jetzt kontern. Von daher gar kein Problem. Easy. Noch jemand? Na, will noch jemand? Hm? Hm? Ah, ein freiwilliger Zapfer. Aber weißt du was, ich kämpfe noch ein bisschen mit, sonst ist das ein bisschen langweilig. Wolltest du mich grad greifen? So, wir gehen jetzt mal mit den Klingen an. So. So. Na komm. So. Easy goal. Er ist served. Geh' mir weg! Als wenn ich einen von euch am Leben lassen würde. Und jetzt schlafe, mein Freund. Schlafe einfach nur. So. Oh, hi. Willst du deinen Freund untersuchen? Oh, dann mach ruhig. Ich lauf so lange in die Richtung. Ich hab grad gesehen, dass da noch unzählige von denen sind. Ich hab doch nichts getan. Wir könnten uns so wieder reinschleichen oder was weiß ich, aber... Wir gehen jetzt mal hier hoch. Ah, okay, gehen wir hier hoch. Ach, eigentlich müsste ich das machen, ne? Aber egal. Ich fang ja sowieso nochmal neu an, wegen den Erfolgen. Von daher, was soll's. Er sollte aufhören. So, und wir gehen am besten zu dem Turm da hinten hin. Ja, Alter, hier. Wir wollen hochklettern. Ganz genau. Oh. Hallo. Scheiße, wir müssen nichts ändern. Das ist nicht wirklich hoch, aber okay. Gehen wir da mal hoch. Was für ein billiger Turm. Okay, abhören. Machen wir später, ne? Ich mein, erstmal müssen wir die Mission hier annehmen, ne? Nicht, dass wir jetzt die Nebenmissionen jetzt schon machen. Wäre ja ein bisschen unlogisch. Wir wollen ja schon die richtige Reihenfolge einhalten. Ach, komm. Das ist dafür, dass ich grad nicht hochklettern konnte. Alles deine Schuld. Und da ist ein Turm. Da kleinern wir mal rauf. Oder wir springen da vorbei. Ihr dürft nicht hier sein. Ich bin doch gar nicht hier. Ah, da oben. Dann kümmern wir uns als allererstes um ihn. Wenn ich hier ihn aufmucken will. Oh, das soll uns weiter. So. Der kleiner Weh immer hoch. So viel zum Thema bezahlen. Aber er hat mich einmal getroffen. Respekt dafür an seiner Seite. Oh, nicht wirklich hoch hier, ne? Aber besser als nichts. Später wird das immer noch mit dem Wurfmesser richtig cool. Dann sehen wir jemanden und dann können wir ihn einfach mal zwischendurch mal abwerfen. Aber leider hat man davon nicht hin und endlich. Das ist das blöd daran. Nein! Ich hab's schon wieder getan, ne? Aber ich hab's überlebt. Lüchts! Was fehlt ihm denn? Wollte ich nicht. Ach komm, ich wollte doch die versteckte Klinge auswählen. Naja. So viel dazu. Ich wollte eigentlich mit meiner versteckten Klinge angreifen. Aber die war ja oben und nicht links. Das wird nicht lehren zu stehlen. Hilfe! Du hilfst mir doch, Eron! Hilfe! Schon will dir keiner helfen! Haltet euch fern von mir! Heide! Tod, recke dich! Hä? Lied ihm nach! Lied ihm nach! Aus dem Weg! Ach, das ist doch kacke mit Assassin's Creed 1. Ich kann nicht mal auf die raufspringen. Aber gut. Wunder mit dir! Oh, ich komm mit dir her! Hallo! Toi, jetzt müssen wir hier kämpfen. Einer nach dem anderen kommen. So. Ja, warte. Ich muss mich erst so verstecken, dann können wir gleich quatschen hier. Gut, dass ihr gerade vorbeikamt. Noch eine Minute und sie hätten mich entführt. Ich schütze. So, dann brauchen wir auch mal eine Flagge. Hallo. Die haben es gar nicht gemerkt. Ja. Meinst du? Kann ich mal umbringen? Ich möchte nämlich den Turm hoch. Ach, Mann, spring doch einfach, Alter. Ihr springt doch einfach. Es ist nicht so weit weg. Wie kann eigentlich der Meister der Assassin nicht springen? Und die anderen Billigkopien, weißt du, die können alle springen. Na gut, die Technik verfeinert sich. Ich, ich verstehe es. So, da haben wir auch schon die zweite Mission. Ich will jetzt aber nicht runterspringen. Ich will jetzt mit Absicht hier links vorbei. Damit ich nicht nochmal hochklettern muss. Hallo. Oh, ich wollte eigentlich mit meiner versteckten Klinge angreifen. Ach, Mann. Hä? Hä? Da hinten müssen wir hin? Ich dachte, wir müssen weiter nach rechts. Ach komm, da kannst du nicht hochspringen, oder was? Das ist ja unglaublich. Und hier rüber. Kann man hier noch nicht von oben runterspringen? Oder müssen wir das erst noch lernen? Ich glaube, das müssen wir noch lernen. Oder wir müssen den extra anvisieren. War ich nicht. Ah, jetzt musst du sterben. Klasse. Klasse. Na komm. Du willst dich ergeben? Das halte ich von dem Ergeben. Es ist eigentlich unmöglich, hier einen Kampf zu verlieren, sobald man kontern kann. Oh Mann, jetzt sind wir im nächsten Turm. Ich will doch nur da hinten rüber. Komm, nehmen wir den Turm gleich mit. Ah, da kann ich noch nicht hochspringen. Das kann ich erst Teil 2. Ah, hallo Bogenschütze. Wie geht's dir heute? Und so sage ich euch. Und so sage ich euch. Bereit! Lebt euch vor ihm nieder und besteht eure Sünden. Er wird euch vergeben, wenn er ist der gnädiger Gott. Und Vergebung bitten müssen wir. So, übrigens dieses Spiel, für alle, die es nicht wussten, hat ziemlich viel mit Religion zu tun. Gerade auch das Hauptelement, das wir irgendwann mal kennenlernen werden, was ich euch vorstellen möchte. Das hat schon viel mit der Bibel und hast du nicht gesehen zu tun. Es ist aber nicht weiter schlimm. Es ist eine coole Story. Es ist halt alles mehr umschrieben nah und ziemlich viel Fantasie dabei. Deswegen ist es halb so wild. 15 optionale Missionen. Was für optionale Missionen? Keine Ahnung. Wir sind auf jeden Fall bei unserem Typen. Ah. Hallo. Ah, Alter ihr. Ein Vögelchen hatte mir euren Besuch angekündigt. Al-Mualem hat die Hinrichtung von Garnier von Nablus angeordnet. Also bin ich hier. Was könnt ihr mir über ihn sagen? Er ist der Großmeister der Hospitaliter. Und sein Quartier befindet sich in ihrem Viertel. Mehr vermag ich nicht zu sagen. Erkundet die Stadt. Und seht, was ihr erfahren könnt. Sagt mir, wo sie sich versammeln und ich sehe, was ich finden kann. Die städtischen Gärten im Norden werden so gut wie jeder andere Ort, um eure Suche zu beginnen. Im Nordwesten liegt ein verlassener Marktplatz. Und die Kirche der Heiligen Maria von Joschafat ist ein beliebter Versammlungsort. An diesen drei Orten solltet ihr finden, wonach ihr sucht. Ich weiß diese Information zu schätzen, Rafik. Ich werde sie weise nutzen. Ja, tut das. Nicht einfach, ne? Du hast zusammenschlagen. Das ist ein bisschen schwerer. Wenn man da jemanden verfolgen muss über Stunden, weißt du? Das ist ein bisschen blöd. Ja. Diesen Grund. So, gehen wir einfach mal hier hoch, ne? Ach cool, wir können uns an diese Ecke ranklammern, aber wir können uns an andere Pixel nicht. Egal, ist mir egal. So. Da ist unser Taschendiebstahl und dann gehen wir runter. Ja. Das wird doch bald beginnen. Ich sage es nicht noch einmal, Junge. Tu, wie dir geheißen, oder ich lasse dich in Ketten legen. Ja, Herr. Das erste vernünftige Wort von dir. Du hast die Pläne. Also geh ans Werk. Okay, mein Freund, ich muss nur zu dir runterkommen. Kleinen Moment. Ich bin nicht aufhörlich, nein. Geh einfach weiter. Ich bin nur ein Priester. Geh doch einfach weiter. Ist doch alles in Ordnung. Hör einfach auf, dich umzudrehen. Dann muss ich dich auch nicht umbringen. Hahaha. Das war selbstverständlich gelogen. Okay. Gehen wir weiter. Sorry. Nein. Die habe ich vorher entdeckt. Ah, weißt du was? Prühen wir uns einfach mal mit denen. Ich glaube, geht schneller als wegzulaufen. Ja, das ging definitiv schneller als wegzulaufen. Wenn er sich verlässt, werde ich ihm nicht. So, gehen wir zu den nächsten beiden. Die müssten eigentlich relativ beide nah dran sein. Oh, hi. Was habe ich denn getan? Hilfe. Ach, willst du wirklich gegen mich kämpfen? Ich habe das Glück gehabt, dass die Kamera gerade scheiße war. So, kann ich jetzt zu meinem Ziel? Danke. Ups. Ich dachte, ich habe die versteckte Klinge. Ah, komm. Machen wir die fertig. Zack. Zack. Gnade? Du willst Gnade? So sieht meine Gnade aus. Tschüss. Ja, die Kämpfe sind einfach zu einfach, ich weiß. Aber das liegt daran, weil ich echt jahrelang Assassin's Creed gespielt habe und über mehrere Teile verteilt. Früher hatte ich tatsächlich echt Probleme mit den Kämpfen, da musste ich immer weglaufen. Aber mittlerweile, ihr seht ja schon. Wir müssen zum Eingang und der Eingang befindet sich irgendwo hier am Ende. Ich bin doch nur ein Mensch. Ich bin hier nur rein. Na komm, ich mache euch platt. Nein, das kann nicht sein. Ihr meint, ihr habt eine Chance gegeben, ich hätte dich reinlassen sollen. Idioten. Oh, da ist ja noch jemand. Ach, noch jemand. So. Wacht, da hinten ist mit der Schnäfstall. Was hast du da? Plunder. Der Mann besaß nichts von Wert. Nur eine verdammte Röhre. Alles, was ich fand, war ein Pergament mit unsinnigen Kritzeleien. Das ist nicht unsinnig, das sind Lettern und Worte. Warum steckt ein Mann Lettern und Worte in eine Röhre? Verschwendung, wenn du mich fragst. Muss wichtig sein. Gib her und ich sehe es mir an. So wie letztes Mal? Ich lasse mich nicht von dir bestehen. Bist du gerissen. Viel Vergnügen damit. Keine Angst, ihr würd's nicht lange haben. Komm, bist du aber abgemagert. Was ist denn los mit dir? Ich bin nur ein Mönch. An eurer Stelle würde ich gehen, bevor ich richtig wütend werde. Was willst du machen, mich anhusten oder was? Ich weiß nicht, ob es gut ist, neben der Wache zu klauen, aber ich tue es trotzdem. Du weißt zu viel. Bin ich nicht, nein. Ach, mein Nachforschungsbild wird schon beendet. Das ging ja fix. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu schnell unterwegs, oder? Gut, Freunde, ich würde sagen, das war's dann schon für heute. Wir sehen uns morgen mit den Informationen bei unserem Hans-Dieter in der Bude. Haut rein, euer Zero. Tschüss. Tschüss.